hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft dashboard 2 mit dem randy hallöchen popöchen so wir sind wieder zurück und weiter geht's wir hatten ja das letzte mal ein bisschen was ic2 technisches gemacht hatten hier hinten quasi schon mal unseren generator gebaut den an diese automatische kohle produktion angeschlossen quasi mit diesen item ducts hier unterirdisch der wird also automatisch mit kohle befüllt und ja befüllt unsere siehe su das ist quasi einfach nur eine speichereinheit sowas wie eine mfe oder mfsu allerdings relativ günstig und kann halt 3000 eu speichern immer noch besser wie eine bettbox so und heute wollen wir brauchen wir erst mal ein paar ic2 maschinchen aber erst mal ein bisschen brot essen eins hast drei gegessen fertig fett fett so erst mal brauchen wir ein paar ic2 maschinchen und zwar als aller erstes wollen wir uns mal diesen meserator zu legen und dazu brauchen wir eben dieses ein basic machine casing ein elektronik circuit ein bisschen flint und cobblestone so ich guck gerade mal hier oben haben wir noch irgendwie maschinen casings man nicht dieses elektronik gedöns kann ich dir basteln ich denke mal das kriege ich in elektronik circuits haben wir auch keine flach oder wir haben irgendwo noch solche mitteil dinge auf lober was denn ich brauche dir hier das andere teil wie ist das gerade ja dieses elektronik schieß mir stolz elektronik circuit genau wir durften meines achtens nach von den dingern haben mir leider nicht also viele schade aber doch von der von diesen platten schon haben wir fällen gerade die die kabel die haben wir nicht die muss ich noch mal machen die kupferkabel habe ich 17 ach so dann bitte einmal wie viel brauchst du für ein circuit sechs stück ne sechse brauchen wir davon naja von diesen circuits könnte man echt mal ein paar mehr bauen also fünf stück oder so ich gebe dir einfach mal alle kupferkabel die ich habe hier müsstest du halt trotzdem oder warte ich mach dir noch welche schnell oder mal habe ich ein cutter einstecken wieso haben wir kein bus ist denn der cutter und der hammer hier habe ich ein cutter und hier habe ich ein hammer naja so warte mal dann mache ich dir mal eben noch schnell ein paar kupferkabel kupferkabel eins noch so na kommst du ja so bisschen rubber 20 mal so zack 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 da hast du kupferkabel kannst rausnehmen schrift links klick so dann brauchen wir noch ein paar von diesen platten platten habe ich wie gesagt iron plates ja gib mal her brauchst du die ja die brauchst du ja ach so ja fünf stück aber nur wie flachst du euch genau warte ich nehme ja mal was ja das ist zinn nummer so als so na warte mal da mache ich mache ich mal ganz schnell noch dann brauchen wir mal noch einen hammer so 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 und so machen wir gleich mal alle platten so hier die sind für dich und warte bevor du loslegst machen wir erst mal acht basic machine casings so die können wir hier oben erst mal auf tasche legen genau so sieht es nämlich aus wie brauchst du jetzt von diesen elektronik denken naja fünf stück einfach mal machen einfach mal fünf stück man da ist wenn du eins fertig hast gibt es mir mal so das haben wir flint wie sieht es da aus haben wir auch ein bisschen was drei stück flint basic machine casing zack so hast schon eins fertig so dann können wir nämlich erstmal schnell diesen macerator bauen so da das gute stück verbraucht zwei eu pro tick und verträgt maximal 32 eu funktionsweise ist dasselbe wie der pulverizer bloß dass der noch ein bisschen mehr kann so allerdings muss ich ganz ehrlich sagen zwischen bei build kraft und als youtube machine ich finde bild kraft also die maschine immer hier hinten quasi gebaut haben fast ein bisschen besser aber naja gut ist wahrscheinlich eher ansicht sache ist so dann stellen wir hier erst mal unseren maserator hin der hat schon mal strom und was wir damit jetzt schönes machen können du kannst ja der weile mal diese elektronik circuits bauen ich hole mal schnell was ja ich bin auch noch ein bisschen krank wie man hört ja da wird es nicht richtig gesund ne scheiß husten ja kacke und so zack 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 ist lustig zuzuschauen was denn na wenn du das so rein legst du die deine das ist auch lustig ok hast du ja so ok dann haut hier oben in die kiste rein genau da können die erstmal lagern so das haben wir erstmal guck hier hinten steht unser maserator da aber das habe ich schon gesehen dabei auch ganz toll und du siehst der produziert aus wheat flur so dieses flur können wir nehmen und schmeißen es jetzt einfach mal hier hinten in unseren redstone furnace blubs und dann macht er da lecker brot draus ihr fragt euch jetzt bestimmt was machen die jetzt im maserator und flur und brot und ja ganz einfach und zwar normalerweise brauchen wir drei wie um ein brot herzustellen und jetzt können wir eben ein read masserieren quasi können da flur draus machen das und können dann quasi aus einem flur ein brot herstellen also das ist quasi eine verdreifachung der ausbeute so die sie ist auch voll das ist schön so dann würde ich sagen machen wir gleich mal weiter mit der nächsten ic2 maschine und zwar ist das der kompressor com p ja also ich bin der meinung ich kann kompressor selber schreiben aber anscheinend doch nicht mit k ne 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 mit c kompressor aber irgendwie ach da ist er kompressor 34 75 ja genau der von industrialkraft 2 genau also sie ist der elektronik circuit basic machine casing und stone habe ich auch so und dann klatschen das hier rein also relativ easy herzustellen das war falsch was ist das problem da oben ach so da braucht wieder richtigen stone ok warte mal den haben wir auch noch da oder richtig ne kabel stone stone bricks habe ich nur noch dann schmeißen wir durch so schmeißen wir mal hier bisschen was in den redstone furnace rein können wir gleich mal einen halben stack mal durchbraten werden wir ab und zu überbrauchen so dann brauchen wir erst mal sechs mal normalen stone dauert ein stückchen dauert ein stückchen dauert ein stückchen fünf und sechs so sehr schön einmal zweimal so kompressor verbraucht auch zwei eu pro tick kann maximal mit 32 eu gespeist werden hängen wir hier dran so und der ist auch schon aufgeladen in dem kompressor können wir verschiedene sachen machen wir können zum beispiel carbon herstellen wir können diamanten herstellen unter anderem das ist auch eine möglichkeit wir können wir ja ganz schnell mal machen und zwar pass auf dann schnappen wir uns einfach mal kohle so kohle nehmen wir einfach mal einen ganzen stack und schmeißen die mal in den pulverizer ok der output ist ausgeschaltet und lassen die mal pulver visieren so dann kriegen wir kohlenstaub genau kriegen wir kohlenstaub und diesen kohlenstaub brauchen wir um diamanten herzustellen so kohlenstaub und flint und so weiter und so fort aber das dann zeige ich dann zeig mal dann wenn es soweit ist so denn ein maschinchen bräuchten wir jetzt auch auf jeden fall mal noch und zwar von ist die tue den metalformer ähm metall genau das ist die 3475.4 3475.4 genau der metalformer aber der ist naja ein bisschen aufwendiger und zwar wir brauchen toolboxes das sind einfach bronze item casings und eine chest mache ich der und dann quasi kohle ja ja zwei toolboxes und die kohle und isolated kopfkabel ok so isolated kopfkabel kopfkabel ok auch hier und nichts mit tische wissen das äh ja warte 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 bin schon fertig warte 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 äh auch noch iron warte mal jetzt muss ich noch kurz schauen aber wir brauchen drei stück davon es reicht nicht mal so und dann mach du erstmal ich bei uns mal einen tisch achso ne warte ja doch ich bei uns einen tisch mach du brauch ich ja keine ja hast du hast du da hier vorräter hab alles hab alles hab alles hab alles dann schmeißen wir rüber was wissen jetzt achso hier das holz oder was das holz genau gib her so ich mein ich hab sogar noch eine hier drin ich bin beeindruckt so ich hab mal so einen schönen tisch hier ja wie schön und zwar allerdings brauchen wir da noch jetzt ist halt behäblich hier hm 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 so drei platten ah jetzt muss ich grad aber erstmal gucken halt hm davon noch ein bisschen was so genau ah hast du noch aus der fall so ein hammer ja aber das was schrott hier so ein ganz schöner tisch ist das das ist ein stinknormaler bastel dich was ist denn bei dir ein bastelt also das ist ja ja das ist ein ganz normaler tisch nur dass der halt anders aussieht das hat von tingos construct und den den du hast erst von exek mod exek mod hat halt einfach dem vorteil der tisch und zwar die items blocken nicht raus wenn man kann sachen reinlegen und kann mal was in der kiste noch holen gehen oder so und das normalerweise fällt das ja dann alles raus das ist halt bei diesem tisch nicht der fall so wenn du das teil fertig hast ruf an ruf an achas schon fertig hat bloß geht ihr dafür ach so ok so metal former sehr schön den klatschen wir einmal hier hin da verbraucht schon 10 u pro tick aber da ist eigentlich ganz lustig und zwar extruding rolling or cutting gibt es hier die möglichkeit das heißt wir können quasi moment ich will jetzt mal ein bisschen bisschen material so und so so das heißt wenn wir jetzt zum beispiel hier auf extruding geschaltet haben schmeißen wir kupferkabel rein und das schöne ist ist auch wieder etwas ergiebiger weil mit dieser schere mit diesem cutter dann kriegen wir aus einer platte also eine platte bekommen wir ja pro ingot und diese platte zerschnippeln wir dann und da bekommen wir zwei kupferkabel raus hier bekommen wir drei kupferkabel raus aus einem ingot nochmal so als info so ok aber das ganze können wir natürlich jetzt auch noch machen auf rolling das heißt wir schmeißen hier einmal iron rein schalten da unten also im im endeffekt das was mir vor uns gemacht haben macht das ding wieder automatisch genau dazu brauchen halt den cutter nicht mehr brauchen diesen hammer nicht mehr und so weiter aus ist jetzt macht er uns schöne iron blades dumm 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 ist langsamer ja aber den kammer pimpen also da gibt's overclocker so iron blades und dann können wir noch cutting machen das heißt wir können jetzt quasi auch die iron blades rein tun und könnten da noch die katten gut wir können es aber auch direkt machen komisch naja egal wir kommen hier aus vier stück also das ist quasi noch abgibig achso das sind ja hv kabel jetzt ja okay alles klar ist ja wieder was anderes gut das erst mal zu diesem thema wie ich sieht es mit der zeit aus achte mich wenn ich dringend habe 15 23 genau so jetzt haben wir erstmal die sachen so metalformer und kompressor tja was können wir als nächstes machen eigentlich könnten wir als nächstes ja die maschinen das sind jetzt erstmal die hauptmaschinen wir können ja mal ganz kurz gucken industrial bei ndi so dass immer mal den ganzen quatsch was es ja alles gibt und da schauen wir mal generator worte diese worte um ist die wollte ich auch noch bauen nuklearreaktor semi flut industrial iron illuminator iron furnace extraktor sollst du nicht ein teleporter irgendwann mal bauen moment haben wir den extraktor schon gebaut ähm ne den extraktor müssten wir mal noch bauen stimmt ich baue die wasserhäne die wasserhäne ja also nur wasserhäne ja ja naja das sind treetabs also die sind relativ einfach also einfach nur mit holz das kriege ich schon noch auf der reihe wasserhäne genocht ohne so was mit den treetabs ich hab grad hier ein kleines problem in der erfindung so entschuldigung 1 2 also 1 3 1 gilt krieg mal was ich grad ja danke nur dass ich andere salz verwende wie viel brauchst du davon 6 4 ja die kann man nicht stacken nur zur info gleich also naja ich hab schon genug platz hier und halt vorbei hier so so dann klatschen wir hier daneben links und rechts genau naja fast hier so extraktor sehr schön dann bauen wir hier diesen metal former ach quatsch den hier noch mal ab bauen hier unseren extraktor hin und erweitern die ganze geschichte hier mal um ein kupfer ich hab kein kupfer kabel mehr moment hier also kupfer der kult kupfer ist körper ne immer noch äh dann hier ich hab noch welche na warte ich mach mir selber welche kannst du behalten so uh der herr ist gnädig ich denke es trotzdem ein naja hast du mir genau vor die genau vor die füße hast du mir geworfen so und dann können wir hier den metal former hinschmeißen so extraktor was kann der schönes machen unter anderem könnten wir hier unseren rubber nehmen wovon wir ja relativ wenig besitzen äh könnten den hier rein hallo könnten den eigentlich habe ich mir gedacht jedenfalls extraktor moment mal moment mal moment mal ja irgendwie funktioniert wo ist denn auf einigen mein rubber hinten hast du das eingesteckt ja das sollte doch eigentlich geht nicht gut bin ich jetzt blöd möchte ich keine antwort haben na gut egal dann ja haben wir auf jeden fall erstmal ein extraktor noch ja den können wir zwar nicht benutzen aber hauptsache man doch benutzen können aber ja dann benutzt man halt für andere sachen warte mal ganz kurz ich muss jetzt mal kurz hier jetzt muss ich mal extraktor was war denn was hat denn dieser blöde extraktor gemacht was hattest du denn mit dem rubber vor äh naja theoretisch kennst du den im extraktor äh warte mal kurz ist da aber auch gibt es ja gar nicht hm komisch 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 na egal aber was wir auf jeden fall noch brauchen ist ein induktionszuführen ist so den bauen wir mal noch beziehungsweise wie sieht es mit der zeit aus 9 20 ja gut dann würde ich sagen da haben wir das erstmal für diesen part haben ein paar maschinchen gebaut maserator kompressor extraktor metalformer und ja hier hinten die csu die ist geladen 300.000 eu haben wir schon gespeichert hier das ist auch alles schick und ja das passt auf jeden fall na gut das war es erstmal gewesen für diesen part ich bedanke mich fürs zuschauen oder wir beziehungsweise und ähm ja bewertet das video positiv wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten part wieder bis dahin tschüss Bis zum nächsten Mal.